Auf die Plätze! Wenn die Jungs hier reinkommen, dann zeigen wir wieder den berühmten Blitzhausener Glatschrhythmus am Sonntagnachmittag. Auf geht's! Mit der 19, Zannowart, SSG Benzheim. Also zwei Athleten der LGV-BSG Benzheim sind vorne. Marco Harthofer und Cano Mart. Die sind jetzt an der Spitze. Daniel Cempomacher ausgegangen bei etwa 56 Sekunden. Die Jungs müssen gestrecken, wenn sie das schaffen wollen. Und wir machen wieder ein bisschen Beine. Komm, gib den Spackes! 78, Dominik Neumann, Harthoch-Külm. Da hinter die Jungs aus Benzheim. Durchgang, 1,56. Kann er das Rennen nach Hause laufen? Dominik Neumann. Und jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie an die Jungen aus Benzheim. Und er wird mal richtig gefeiert da drüben. Und da sollte es unter 2.25 gehen, wenn die Fertschrhythm. Wir schauen auf die Zeit. 2.25.14. Also das Zubreinrollen. Und jetzt müssen sie schauen. Jetzt kommt...